willkommen zurück zu rast nicht rafft ja letztes mal habe ich immer den ollen block hier gebaut okay also ist jetzt zugeschlossen das ziel war jetzt klar sagt zu bauen was erzähle ich mein ziel links ist ja ich habe immer noch keine ahnung woher ich die klamotten also stoff bekommen soll ja man muss nicht mal gucken ob ich irgendwo ein tier finde ich glaube das ist ziemlich riskant was ich hier machen weil ich habe alles dabei dafür ist eigentlich dieser scheiß wo ich gehe jetzt erstmal zurück ich muss erst mal eine kiste bauen oder so das geht die ressourcen mache ich erst mal wieder stein kann ich noch eine bauen nee scheiße erstmal fahren und also kram hier wenn hier ich höre es doch wir sind sie denn ein pferd der zaußen pferd das ist ja das ist glaube ich zu schnell naja ich glaube aber hier gibt es gut sie zumindest so aus scheiße 8 weg also nicht wir sind pferdeparkplatz ich will wenn und hier es muss doch irgendwo hier ein tier geben also ein tier was nicht so schnell ist 10 close 10 was auch immer wie heißt das stoff man findet die so selten ich habe mich jetzt eigentlich auf ein tier vorbereitet aber welche sonst und schwein also finde ich jetzt nicht mehr wenn wir nicht sicher wird das ding überleben würde also ich habe jetzt eine ganze weile gefahren und ich habe ein bisschen stein gemacht als sieht absolut kacke aus und ich weiß dass man da eigentlich nicht nur eine tür zum zur außenwelt lassen sollte aber es geht jetzt nicht anders ich muss hier irgendwie jetzt dann zeug rankommen das heißt ich baue mir jetzt eine kiste schmeiße so viel loot rein wie ich kann und dann hat sich das erstmal dann dann suche ich ich muss ich baue irgendwas ja mein trinken voll machen und dann brauche ich ein ziel ich muss irgendwo hin holz und metall brauche ich um das ding zu reparieren weil das ist echt praktisch dass es in meiner näher steht ja würde ich jetzt noch eine an pflanze finden hätte ich genug zeug das kann ich einfach so aufnehmen geil ich will hanf wo bist du hanf hier muss doch irgendwo so weit geben oder in tierischen würde ich legen können hanf ik los nicht ich habe genug schlafsack endlich dann kann ich mich mal um wichtigere sachen kümmern und das wächst auch einfach so das wäre perfekt ja müsste ich denn jetzt auch auf der karte haben oder in sich muss ich mir einfach nur merken n7 kann ich mir das merken ich glaube ich shop ich will jetzt hier jetzt kann ich einfach nur hoffen dass es dann nicht radioaktiv ist das wäre echt abfug wenn ich jetzt hier einfach umsonst der gerannt bin weil ich habe auch noch gar keine ahnung wie ich das wieder hinbekomme ich bin wieder so ein komisches auto auto ist das hanf da ist hanf da sind schüsse das sind viele schüsse das sind sehr viele schüsse der geraten schwein gesehen hier es ist alles radioaktiv aber absolut alles egal wo ich hingehe überall radioaktivität das kann ja wohl nicht wahr sein das geht mir richtig auf den sack und ich weiß nicht wie ich das verhindern kann oh die nehme ich doch mit was auch immer du bist oh shit ist das jetzt dein ernst wie kann man denn so ein sohn sein du bist echt peinlich du stück scheiße super ja kann ich irgendwie einen stein wieder craften ich bin jetzt wieder ganz am anfang ja komm friss es bringt nichts alter was ist denn das es ist wirklich mich sieht ein spieler und dann bin ich quasi tot es geht nicht irgendwie so dass man mal denkt ja der tut vielleicht nichts nee also in rust bist du instant sofort tot ohne wenn und aber du bist einfach tot verstehe ich nicht in real to live geht das auch anders hier gibt es sogar zwei verschiedene clans und trotzdem ist man nicht sofort tot boah das nervt wo bin ich denn jetzt alter echt jetzt hier muss ich hin das nervt alles alter ist das ein dreck ist das eine pc ach ist das schön wieder gar nichts zu haben warum bist du denn alle so kaputt oh jetzt kann ich dieses komische dinge kraften nachdem ich jetzt mal wieder ein bisschen wasser habe zum herzsamen wenn ich mal da hoch zu dem feld glaubst du mir dass das ist ein feld ist also was soll es sonst sein dann kann ich auch gleich mal ein holz schwer aufrüsten wenn es fällig ist ich habe irgendwie ziemlich wenig tiere in der umgebung finde ich auch ja jetzt wo es gerade sage da unten weil ich bräuchte tierzeug ganz viel davon und 30 sekunden holen das schwein das schwein da ist es doch jawoll das holik jawoll leder das habe ich auch bekommen das war aber sehr wenig stoff hier verbräuchte ich einmal holz um jetzt endlich mal hier ein feuer zu ballern äh schon mal zieht man an ähm ja ich weiß jetzt echt nicht weiter hier gerade scheiße hier ist sogar noch ein messer drin mach ich denn mach ich denn ja ich bräuchte diesen komischen Ofen den hier aber dafür bräuchte ich das hier und das ist das hier und dafür bräuch ich ja wie immer äh das heißt ich meine das mal hier fressen drin tierische fett habe ich ja dann kochen wir mal das essen hier ja das scheiße muss man sogar rechtzeitig rausnehmen alter da kommst du doch nicht drauf ja ich würde mal sagen ich sammle jetzt noch ein bisschen stein macht das hier noch vollstein dann war es da doch für heute mal ich bin hier schon vier fünf stunden am spielen und ich ist ja die meiste zeit einfach nur gestorben also das ist nicht so toll bisher gelaufen ich bin hier 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 ich bin hier